Okay Freunde, ihr seht es im Hintergrund, der neue Teaser für die neue Mondmap ist schon draußen und ihr könnt nun beim Replicator, und das ist jeder einzelne Replicator, das heißt so jeder Replicator hat dieses Item inne, könnt ihr ein goldenes Ticket kaufen für umgerechnet 150 Crafting Materials. Was ihr dabei rausbekommt, ist auf jeden Fall eine goldene Waffe, das heißt also eine goldene Anantina, eine goldene Longbow oder eine goldene Mosambik und links unten seht ihr ein goldenes Ticket. Dieses könnt ihr einmal aufnehmen, wenn ihr es einmal aufgenommen habt, könnt ihr es danach nicht mehr aufnehmen, das heißt also auch in der nächsten Runde braucht ihr es nicht nochmal craften, weil ihr habt es dann. Und was ihr tun könnt ist, ihr könnt hier auf den Modus klicken und dann werdet ihr oben rechts sehen, Freischaltung in 7 Tagen 23 Sekunden. Hier steht ein neues Zuhause, was dann wahrscheinlich noch ein weiterer Teaser für die neue Mondmap ist, es kann sogar sein, dass das ein neuer Spielmodus ist, das habe ich auch gesehen, den man dann entern kann, mehr weiß ich dazu aber nicht. Ihr braucht auf jeden Fall das goldene Ticket, das heißt also holt es euch, ihr müsst einfach einmal ins Game geben, 125 Crafting Materials sammeln, dann craftet ihr es euch, dann bekommt ihr eine goldene Waffe und ihr bekommt dann das Ticket, das Ticket braucht ihr, das sammelt ihr ein und damit habt ihr es. Braucht ihr nie wieder machen, 7 Tage, wir werden alle sehen, was damit passiert. Freunde, es würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet, es ist völlig kostenlos, es unterstützt mich für Bock auf den Livestream-Platt, unten ist der Twitch schon ein Blick, ich halte die Schnauze, Peace out.